Hi Netzwelt, ich bin's, der Jan, heute bei Samsung in Schreibach und gemeinsam mit euch schaue ich mir gleich die Galaxy A-Reihe des Herstellers an. Doch bevor wir einen Blick auf die neuen Handys werfen, gebe ich euch noch einen Tipp. Wollt ihr kein Video von uns verpassen, dann abonniert uns hier auf YouTube und folgt uns auch auf TikTok und Instagram. Ja, die Galaxy A-Reihe besteht zum Marktstart im März aus drei Modellen, dem Galaxy A14 5G, dem Galaxy A34 5G und dem Galaxy A54 5G. Dass es noch weitere Geräte geben wird, ist nicht ausgeschlossen, aber bislang hat der Hersteller hierzu nichts zu verkünden. Was hat sich im Vergleich zu den Vorgängern geändert? Da schauen wir uns erstmal die Rückseite an, das erkennt ihr nämlich gleich direkt. Samsung passt das Design der A-Reihe nämlich verstärkt an die der Galaxy S-Serie, also den Top-Modellen an. Das seht ihr an der Kamera auf der Rückseite, die hat keine Insel mehr, die dort rausragt und alle Linsen umfasst, sondern die Linsen liegen jetzt quasi frei in der Rückseite, wie es beim Galaxy S auch ist. Eine weitere Neuheit ist, dass Samsung erstmals in der Galaxy A-Reihe auch ein Modell mit eSIM anbietet, nämlich das Galaxy A54. Die anderen beiden Modelle unterstützen auch keine eSIM, aber ihr könnt euer A54, wenn ihr keine eSIM nutzen wollt, auch weiterhin mit ein bzw. zwei physischen SIM-Karten betreiben. Verbessert hat Samsung auch das Display, zumindest beim Modell A34 und A54 habt ihr jetzt ein besonders helles Display, was sich auf Top-Smartphone-Niveau bewegt, denn die maximale Helligkeit liegt bei 1000 Nits. Es sind nochmal 200 Nits mehr als beim Vorgänger. Ja, darüber hinaus hat Samsung allen drei Modellen Upgrades in verschiedenen Bereichen verpasst, wie zum Beispiel Kamera, Display oder Prozessor. Deswegen schauen wir uns jetzt die drei Modelle einzeln nochmal genauer an und fangen mit dem A14 5G an. Ja, das A14 5G bietet jetzt ein leicht größeres Display mit 6,6 Zoll und es ist nicht nur ein bisschen größer, sondern es löst jetzt auch höher auf. Ihr habt keine HD-Plus-Auflösung mehr, sondern jetzt gibt es hier auch ein günstigstes Modell, Full-HD-Plus. Ja, und auch die Frontkamera hat ein Upgrade erfahren, statt 5 Megapixel schießt ihr jetzt Selfies mit 13 Megapixel. Kommen wir zum mittleren Modell, dem Galaxy A34 5G. Auch hier gibt es Neuigkeiten beim Display, das ist zum einen größer, zum anderen flinker und heller. Also ihr habt jetzt hier ein 6,6 Zoll Display statt 6,4 Zoll wie beim Vorgänger. Und der Bildschirm kann mit bis zu 120 Hertz arbeiten, beim Vorgänger waren es maximal 90 Hertz. Und außerdem kann er mit bis zu 1000 Nits erstrahlen, das sind nochmal 200 Nits mehr als beim Vorgänger. Und damit will Samsung euch auch gute Ablesbarkeit des Screens im Freien, im Sonnenschein ermöglichen. Neu ist auch der Prozessor, es kommt ein MediaTek Chip hier in dem Modell zum Einsatz. Der soll 15% schneller sein ungefähr als der Chip des Vorgängers. Und eine weitere Besonderheit bei diesem Modell ist die Rückseite. Es gibt es nämlich in so einer Farbvariante, die sich je nach Lichteinfall oder Lichtsituation leicht verändert, was ein ganz nettes Gimmick ist. Ja, last but not least kommen wir zum Topmodell der Reihe, dem A34 5G. Eine Neuerung habe ich euch eben ja schon gezeigt, das ist die eSIM-Integration. Darüber hinaus gibt es auch hier ein Upgrade beim Display. Auch dieser Screen ist heller und kann maximal mit 1000 Nits nun erstrahlen. Zudem hat Samsung den Screen etwas verkleinert von 6,5 auf 6,4 Zoll. Und das Gerät ist insgesamt etwas kompakter geworden. So ein Analog zum Galaxy S23 Basismodell. Es soll halt ein möglichst handliches Modell sein, was man halt auch, wenn man nicht so riesige Franken hat, gut in der Hand halten kann und mit einer Hand möglichst noch bedienen kann. Auch unter der Haube gibt es ein kleines Upgrade. Hier kommt ein neuer Exynos-Chip zum Einsatz. Und Samsung verspricht 20% Performance-Steuerung gegenüber dem Vorgänger in der CPU-Leistung und sogar 25% bei der Grafikleistung. Das heißt, ihr habt hier zumindest auf dem Papier ein sehr performantes Gerät. Und eine weitere Verbesserung gibt es auch noch bei der Kamera auf der Rückseite. Die hat jetzt einen viel größeren Bereich in der optischen Videostabilisierung, so dass ihr, ja, verwacklungsfrei hoffentlich Clips drehen könnt. Darüber hinaus bieten alle drei Modelle die Stärken, die auch die Vorgänger schon hatten. Beispielsweise die lange Update-Garantie. Beim A34 und A54 erhaltet ihr 4 OS-Upgrades und 5 Jahre Sicherheitspatches. Beim A14, dem günstigsten Modell, immerhin noch 2 OS-Upgrades und 4 Jahre Sicherheitspatches. Ja, das war ein erster kurzer Überblick über die Neuerungen der Galaxy A-Serie von Samsung in diesem Jahr. Auf den ersten Blick vielleicht nicht so viele große Neuerungen, aber viele Detailverbesserungen. Und wir sind gespannt, wie sich die Geräte bei uns im Test schlagen werden. Wollt ihr die Test-Videos nicht verpassen, dann abonniert unbedingt unseren Kanal und folgt uns auch gerne auf Instagram und TikTok. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao!